Mein Name ist Johnny Knoxville und das ist die WWE WWE Job Challenge. Ja ok, da reißt du einfach alles rum. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Ich bin doch gerade neu dabei. Ja, fang nochmal an. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke. Wir haben uns heute was ganz besonderes ausgedacht. Wir wollen die WWE Job Challenge machen. Wenn ihr nicht wisst was ein Job ist, das ist ungefähr so. Du musst einfach eigentlich mit der flachen Hand den Gegner an den Busen streifen. Das klatscht richtig. Guck mal der Hannes, der ist schon 80 Jahre alt. Der hat weiße Brusthaare. Der Iswo, der hat gar keine Brusthaare. Und der Ramses, das wollen wir jetzt nicht zeigen, weil dann wird das Video wieder gesperrt. Trotzdem. Das ist der Iswo. Der hat vorhin schon gesagt, das sieht gut aus. Das ist der Hannes. Der hat gesagt, das gefällt mir auch ganz gut. Das gehört jetzt nicht dazu. Das machen wir in einem anderen Video jetzt nochmal. Und jetzt wollen wir gerne die WWE Job Challenge zeigen. Das heißt, der Iswo steht als erstes da. Der muss jetzt zwei Jobs einstecken. Einen vom Hannes, einen von mir. Wir ziehen voll durch. Dann steht der Hannes da, muss einen Job einstecken vom Iswo und von mir. Und als drittes dann ich vom Iswo und vom Hannes. Also, bitteschön. Ja, das hört sich gut an. Ich bin bereit. Ich ziehe das jetzt mal durch. Ich bin bereit. Bist du da? Iswo steht da. Ich bin da. Hannes ist der Erste. Hannes der Dicke. Ja. Oder Hannes der Betrunkene. Kann man auch sagen. Gehst du es los oder was? Ich hab drauf gefilmt. Ich lass euch jetzt debütieren. Deine... Vorhin die Brust war richtig rot. Aber wir haben gewartet. Und jetzt kommt die Job-Challenge. Hannes darf den ersten Schlag ansetzen. Beim Iswo auf die Brust. Ein Slap. Und wir gucken und... Ah, ich steh noch. Der steht noch. Genau. Hannes, magst du die Kamera übernehmen? Ja. Auf den Iswo-Film, damit der Ramses auch noch seinen Schlag präsentieren kann. Ich sag's euch. Guck. Ihr müsst mit der... Mit der flachen Rückhand... Bam! Hier so irgendwie so auf die Brust treffen. Das heißt, wir holen aus und wir machen einfach nur... Ah! Job! Jawoll! So muss das aussehen. Nachher ist es vielleicht alles rot. Ich weiß es nicht. Jetzt darf der Hannes sich gerne hinstellen. In der Job-Challenge. Der Iswo darf als erstes... Ja, ich muss erst mal ein Bier trinken. Du trinkst jetzt kein Bier. Ich hab mir auf die Funke gebissen. Hannes steht am Mic. Äh... An der Kamera. Das ist der Hannes. Das ist ein Hannes. Guck. Das ist der zweite Hannes. Das ist der Iswo. Und jetzt der Iswo darf beim Hannes die Job-Challenge probieren. Also ich bin bereit. Einmal ausholen und dann... Ah! Ja! Hannes steht drauf. Iswo findet's auch geil. Iswo... Hat ihr jetzt die Hand gezwiebelt? Du darfst den nächsten machen jetzt. Hat ihr die Hand gezwiebelt? Ja. Vorhin... Ich hab das gesagt beim Hannes vorhin. Die Hand gezwiebelt. Iswo. Du gehst da rüber. Hannes steht immer noch hier. Das ist dieselbe Kameraperspektive. Hannes steht da. Ramses hat die Hand. Hannes macht den Job auf den Busen. Also so. Eigentlich so. Aber so. Das heißt. Job-Challenge. Ramses gegen Hannes. Da ist eine Bremse. Und dann kommt's an und an. Ah! Das heißt. Mir tut's mehr wie als dem Hannes, Alter. Dann sagt mir nix. Was ist mit dem? Jaaaa! Jetzt sagt was. Ich finde es geil! Noch mal, noch mal, noch mal. Ich finde es geil! Weil... Geh mal Hannes die Kamera. Weil... Der Iswo darf jetzt zuerst zuschlagen. Weil... Jetzt steht der Ramses hier. Der Hannes muss gucken, dass das passt. Jawoll! Wenn der Ramses hier steht. Job-Challenge. Aber hier, ne? Ich hab's vorhin gesehen beim Hannes. Da ging er an und so... Ah! Okay, bist du bereit? Ich bin bereit! Filmst du? Ja! Ah! Warte! Da komm ich schon mücken. Er ist bereit? Ja komm! Ah! Der Zwiebel ein bisschen, ne? Aber jetzt gibt der Hannes die Kamera an den Iswo. Ja! Und jetzt ist der Hannes noch dran. Jetzt ist doch der Hannes auch mal. Auch die maldretierte Brust. Alter! Moment, 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 Moment! Läuft! Erstmal beruhigen, ja? Ja! Erstmal beruhigen. Erstmal hinstellen. Und dann erstmal gucken, dass das alles da ist. Das ist immer noch die Brust. Wir haben das vorhin schon zehnmal gemacht. Der Iswo war komplett rot. Der Hannes mit seinen 80 Jahren. Die weiße Brust war wieder rot. Und jetzt kommt der Hannes noch hier einmal. Zack! Ich steh da. Iswo steht da. Ich bin bereit! Hannes holt aus. Ja! Dann gehts einfach nur. Nix! Das war nix! Nein! Das war perfekt! Aber irgendwie der Iswo... Weiß ich nicht was er gemacht hat. Komm! Wir drehen die Kamera rum und... Ich war da! Ich war da! Ich war da! Dann stell dich bitte hin! Dann machen wir das gleiche nochmal! Dann machen wir das gleiche nochmal! Das ist gut! Das passt so! Jeder nochmal einen Job? Ja? Nein? Passt so! Der sagt, das passt so! Kann ich nix machen! Das war die WWE Job Challenge! Iswo hat zwei kassiert! Hannes hat zwei kassiert! Ramses hat zwei kassiert! Ja! Wenn ihr auch gerne mal einen Job einstecken wollt, schreibt es mal in die Kommentare! Oder wenn ihr gerne mal einen Job verteilen wollt, schreibt es mal in die Kommentare! Und dazu, wem ihr gerne einen Job verteilen wollt! Das war's von meiner Seite aus! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Peace out! Vorhaut! Euer Ramses! Euer Hannes! Macht's gut! Auf die Dicken und die Wodka Stammballfliesen, Alter! Ich sag's euch! So! Das war's von unserer Seite aus! BOOM!